Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über mögliche 5 Gründe, warum es bald zu einem massiven Finanzcrash und Umbruch kommen wird. Dabei zeigt sich, dass in der aktuellen Lage die Gründe vielfältig sind, die das Fass zum Überlaufen bringen können. Viele Menschen spüren aktuell auch den Umbruch und merken, dass etwas Großes in der Luft liegt. In diesem Zusammenhang wollen wir uns nun 5 Gründe ansehen, die dafür sprechen, dass es bald heftig knallt. Wenn ihr unsere 5 Punkte erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran. 1. Die Inflation ist außer Kontrolle. Mit der Corona-Krise und der Knappheit von unterschiedlichsten Waren und Gütern, haben viele Deutsche schon zu Beginn der Krise vermutet, dass die Preise noch mehr und schneller steigen werden, und sie behielten recht. Dabei kann gerade auch diese Erwartung dazu führen, dass die Inflationsrate noch schneller steigt. Ist dies erst einmal in den Köpfen verankert, steigen die Preise oftmals tatsächlich schneller an. Denn infolge der Inflationserwartung werden für später geplante Anschaffungen lieber gleich gekauft. Dabei ändert sich auch die Einstellung vieler Menschen, hat man beispielsweise früher lieber gespart, so gibt man das Geld jetzt gleich aus, denn es ist schließlich bald noch weniger wert. Mit den steigenden Preisen nimmt dann oft der Druck auf die Arbeitgeber zu, denn die Forderungen nach Lohnerhöhungen werden immer lauter. Doch mit den steigenden Löhnen müssen die Unternehmen dann wieder die Preise für ihre Produkte erhöhen, denn irgendwo muss schließlich das Geld für die höheren Personalkosten herkommen. Top-Ökonomen wie Professor Hans Wernersinn gehen davon aus, dass die EZB zusätzlich die Inflation unterschätzt. Denn die aktuellen Preissteigerungen sind zum großen Teil auf Lieferengpässe zurückzuführen. Immerhin zwei Drittel der Firmen im verarbeitenden Gewerbe gaben an, dass sie nicht genug Material bekommen. Infolgedessen sind die Preise für Zwischenprodukte um 24 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Erzeugerpreise sind dabei ein Frühindikator für die Kosten, die am Ende der Kunde an der Kasse zahlen muss. Denn auch die Preissteigerungen für Vorleistungen und Rohstoffe werden Unternehmen am Ende auf die Produktpreise umwälzen. Steigen zum Beispiel Holzpreise, verteuern sich Spielzeuge und Möbel, steigen die Kosten für Tierfutter und Dünger, so schlägt sich das auf Grundnahrungsmittel in den Supermärkten nieder. Professor Hans Wernersinn glaubt in diesem Zusammenhang auch, dass sich der Anstieg der Erzeugerpreise noch gar nicht richtig in die Konsumentenpreise übertragen hat, sodass wir zukünftig noch mit einer wesentlich massiveren Inflation rechnen müssen. Und das vor allem wenn keine Gegenmaßnahmen seitens der EZB stattfinden. 2. Die Zinsen steigen Trotz der Beharrlichkeit der EZB haben andere Notenbanken sich bereits für die Zinswende entschieden. So haben beispielsweise die Zentralbanken von Polen, Ungarn und Tschechien die Zinsen teilweise schon mehrmals erhöht. Und auch die amerikanische FED unternimmt nun gegen die stärkste Inflation der vergangenen 40 Jahre Maßnahmen. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank veröffentlicht. Damit wurde bekannt, dass die FED mit aggressiveren großen Zinsschritten und einer schnellen Rückführung ihrer Bilanzsumme gegen die Inflation vorgehen möchte. Pro Monat soll die Bilanzsumme um bis zu 95 Milliarden Dollar reduziert werden. Wir sehen also, dass die FED jetzt heftig auf die Bremse tritt. Experten spekulieren bereits, dass die US-Notenbank Anfang Mai einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten auf 0,75 bis 1 Prozent beschließen wird. Damit steigt wiederum auch der Druck auf die Europäische Zentralbank. Denn mit Anhebung der Zinsen in den USA wird der Dollar gegenüber dem Euro deutlich aufgewertet. In Erwartung einer möglichen Zinswende durch die EZB im Herbst diesen Jahres steigen jetzt schon die Zinsen hierzulande. Denn mit dem Ausverkauf bei US-Anleihen, bei denen Investoren auch Bundesanleihen verkaufen, sinkt der Kurs und die Renditen steigen im Gegenzug. Inzwischen ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen über die 0-Prozent-Marke angestiegen. Auch bei den Bauzinsen ist das ganz klar zu beobachten. Im Februar lag die Rendite deutscher Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit bei durchschnittlich etwa 0,21 Prozent. Das ist ein Anstieg von 151 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zehnjährige Bundesanleihen sind auch für Pfandbriefzinsen und damit auch für Bauzinsen ausschlaggebend, denn Banken bestreiten ihr Baufinanzierungsgeschäft in erster Linie über den Handel mit Pfandbriefen. Aus diesem Grund sind wie eben schon erwähnt die Bauzinsen hierzulande deutlich angestiegen. Steigen nun die Zinsen, werden Anleihen für Investoren möglicherweise interessanter als Aktien. Beginnen viele Investoren ihr Kapital umzuschichten, brechen die Kurse an den Börsen ein. Zudem werden mit steigenden Zinsen Investitionen über Kredite teurer, sodass Unternehmen diese zurückfahren. 3. Gesellschaftliche und politische Probleme Vor allem mit der Corona-Politik wurden die Probleme des Systems für viele offensichtlicher. Dabei können Finanzkrisen nicht nur durch Probleme im Finanzmarkt ausgelöst werden, sondern auch gesellschaftliche und politische Probleme können das Fass zum Überlaufen bringen. Zum einen hat die Politik der Corona-Krise nicht nur die Zweifel an den Regierenden immer größer werden lassen, sodass das Vertrauen bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung stark gesunken ist. Und zum anderen erleben wir auch eine massive Spaltung der Gesellschaft. Allen voran die sogenannten Impfbefürworter und Impfgegner scheinen dabei unversöhnbar zu sein. Unter anderem verantwortlich für diese Verwerfungen, sind Maskenaffären und nicht gehaltene Wahlversprechen, gegensätzliche Meinungen die von den jeweiligen Seiten unterdrückt werden, sowie vermehrte Polarisierungen durch die Medien. Dies führt dazu, dass die Bevölkerung zunehmend das Vertrauen verliert und immer unzufriedener wird. Mehr und mehr Proteste und auch Unruhen erleben wir dabei weltweit auf den Straßen. Sind die Menschen vor Monaten wegen der Corona-Krise besorgt gewesen, sorgen sie sich jetzt um den Krieg mitten in Europa. Doch infolgedessen wurde auch noch einmal verdeutlicht, wie abhängig Deutschland von anderen Ländern wie beispielsweise Russland ist. Nun explodieren nicht nur die Lebensmittelpreise, auch die Sorge um eine Gasknappheit steigt. Damit könnten in Europa sprichwörtlich die Lichter ausgehen. Sprüche aus den politischen Reihen, wie frieren für die Freiheit, während gleichzeitig aber die eigenen Bezüge oder die Äten erhöht werden, steigern dabei nur noch mehr die jetzt schon starken Zweifel an den Regierungen. Viertens. Die Immobilienblase. In vielen Städten und inzwischen auch in ländlichen Gebieten waren die Immobilien- und Grundstückspreise noch nie so hoch, wie wir es aktuell erleben. Zudem wird die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage größer und heizt damit das Spekulationsgeschäft an. Laut einer Analyse der OBS sind in der Bankenmetropole Frankfurt am Main die Immobilienpreise zuletzt stärker gestiegen als in Weltstädten wie Hongkong oder New York. Steigende Kosten für Baustoffe, niedrige Zinsen sowie fehlende alternative Kapitalanlagen treiben die aktuelle Entwicklung deutlich an. Doch während immer mehr neue Häuser wie Pilze aus dem Boden schießen, so nehmen auch die Warnungen vor einer Immobilienblase zu. Experten sind sich einig darüber, dass in der Geschichte noch jede Blase geplatzt ist. Und auch die Blase am Immobilienmarkt wird eines Tages platzen. Zahlreiche Experten erwarten, dass es schon in Kürze zu unvermeidbaren Preiskorrekturen kommen wird und die Immobilienblase platzt. Dabei wird es nicht nur teure Großstädte, sondern auch kleine ländliche Gebiete treffen. Durch die Corona-Krise und dem Trend zum Homeoffice hat der Druck auf die Städte zunächst etwas nachgelassen, doch dafür boomt nun das Umland. Die große Frage ist zudem auch folgende, wenn der Trend zum Homeoffice so weitergeht, wovon man aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen kann, da dieser Schritt politisch gewollt ist, was passiert dann mit den vielen Bürogebäuden in den Innenstädten? Ähnliches trifft in naher Zukunft auch die vielen kleinen Lagengeschäfte in den Innenstädten, da der Einzelhandel in seiner Form wie wir ihn kannten nicht mehr zurückkommen wird. Die allgemeinen Symptome einer aufkommenden Immobilienblase sind dabei bereits in vielen Orten zu finden. So liegt beispielsweise der Verkehrswert von Häusern und Wohnungen stark über ihrem Sachwert, ebenfalls steigen die Immobilienpreise deutlich, auch unabhängig von Durchschnittseinkommen und Inflation. Käufer spekulieren zudem auf steigende Preise und kaufen Immobilien, um sie später zu einem höheren Preis zu verkaufen. Sollte es hier warum auch immer zu einem dramatischen Preisrückgang kommen, dann werden wir eine unfassbare Zahl an geplatzten Krediten erleben, das steht bereits heute fest. 5. Aktien stark überbewertet Warnungen vor übertriebenen Preisen an den Aktienmärkten gibt es schon seit Jahren. Schon in 2015 warnte die Financial Times, dass Investoren die Aktienkurse für übertrieben halten und von einem großen Crashrisiko ausgehen. Doch abgesehen von wenigen kurzen Schreckensmomenten, wie 2018 oder 2020, sind die Aktiennotierungen immer weiter in die Höhe geklettert. Doch auch kürzlich sorgte der Ukraine-Krieg für starke Ausschläge an den Finanzmärkten, nach kurzen Momenten der Schockstarre ist dies fast wieder vergessen. In den meisten Fällen werden die Entwicklungen als Ausreißer abgetan. Tatsächlich handelt es sich hierbei schon um einen Trend. Dabei werden die Warnungen vor massiven Überbewertungen immer lauter. So warnte zum Beispiel Lenore Hawkins, Chefstrategin bei Thematica Research, dass es noch nie vorkam, dass Aktien so hoch bewertet wurden wie es aktuell der Fall sei. Das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis ist inzwischen auf das 40-fache angestiegen. So etwas ähnliches gab es zuletzt im Jahr 1999, doch im Hinblick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis erleben wir aktuell mehr als das Dreifache wie das, was wir vor der Dotcom-Blase gesehen haben. Vor allem die Tech-Aktien, die besonders als zinssensibel gelten, geraten mit der Angst vor steigenden Zinsen und einer Rezession zusätzlich unter Druck. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Weltbörsen seit Ende der Schuldenkrise fast ausnahmslos zugelegt haben. Jahrelang ging es bergauf, noch niemals hat ein Zyklus so lange gedauert. Die letzten beiden großen Krisen haben wir in 2000 und 2008 erlebt. Doch im Gegensatz zu damals sehen wir heute Übertreibungen in fast allen Anlageformen, sodass eine massive Korrektur unausweichlich erscheint. Dr. Markus Krall brachte es in einem Interview bei CupTrader wie folgt auf den Punkt. Die Panikverkäufe, die wir dann erleben werden, werden alles übersteigen, was wir je gesehen haben. Und was denkt ihr? Welche weiteren Punkte sprechen noch für einen großen Finanzcrash? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 2 2 2 3 4 4 5 4 5 6 6 7 7 7